Herzlich willkommen zum TSI Wochenupdate. In dieser Woche gab es zum ersten Mal seit mehreren Wochen mal wieder richtig Bewegung und das sowohl im Depot als auch beim Gesamtmarktindikator. Von daher blicken wir hier zuerst einmal darauf und direkt hier auf den DAX. Sie sehen beim DAX an sich war jetzt gar nicht so viel Bewegung drin. Also wir notieren ja aktuell weiter in dieser engen Range zwischen 12.600 und 12.900 Punkten. Wo sich aber Bewegung auftut ist bei unserer Börsenampel. Sie sehen hier unten richtig diesen Abrutscher nach unten. Der ist im Moment noch nicht so ganz so tragisch. Also wenn wir jetzt auf die Ampel blicken, sie steht immer noch im gesicherten grünen Bereich, aber es ging doch deutlich nach unten. Das ist also ein erster Warnschuss, den die Ampel hier aussendet. Und das könnte uns dazu veranlassen, mal genauer und kritischer auf einige andere Stellen zu blicken, wie es dort denn aussieht. Vor allem natürlich an den Börsen. Und eins wäre zum Beispiel die Börse in China. Die hatte ich zum letzten Mal vor ein oder zwei Monaten mitgebracht. Und dort war es damals schon so, dass dieser Aufwärtstrend, den man seit sehr langer Zeit hier beobachtet und der eigentlich sehr schön war, gebrochen wurde. Vor ungefähr zwei oder drei Monaten. Und so richtig kann sich die Börse dort auch nicht berappeln. Also auch hier so erste Warnzeichen nach der starken Kursrallye der letzten Monate. Auch hier durch die Börse von China. Gut und ein anderer Indikator, den ich auch schon ein paar Mal mitgebracht hatte, war die Aktie von Soverbis, ein Kunstauktionshändler, an dem man häufig ablesen konnte, wie es denn auch mit der Gesamtwirtschaft in den nächsten Monaten bestellt sein würde. Beispielsweise ging die Aktie von Soverbis schon 2007 in die Knie, lange bevor die Finanzkrise voll durchschlug. Oder auch in der Korrektur im Jahr 2011 machte die Aktie auch schon schlapp. Interessanterweise notieren wir hier wieder auf einem ähnlichen Niveau wie schon dreimal zuvor in der Historie. Aber hier ist der Aufwärtsdrehen noch völlig intakt. Also wenn man nach diesem Indikator geht, sieht eigentlich noch alles ganz gut aus. Insgesamt also haben wir weiterhin noch ein positives Bild. Es könnte sich aber in den nächsten Wochen doch spürbar eintrüben. Ja und heute befassen wir uns in der Wissensecke auch mal konkret mit TSI-Aktien und hier gibt es nämlich einige neue Favoriten. Ja und hierzu habe ich Ihnen mal eine neue Grafik mitgebracht. Ach nee, zuerst gehen wir auf die Transaktionen ein, die heute stattgefunden haben. Und zwar haben wir heute Adva Optical verkauft. So lange hat sich die Aktie nicht im Depot gehalten. Insgesamt mit einem Verlust von 8 bis 9 Prozent sind wir heute ausgestiegen zu einem Kurs von 9,51 Euro. Gleich dazu mehr. Zwei Käufe gab es dem gegenüber. Und zwar erstens eine DAX-Aktie, mal wieder ins Depot aufgenommen, RWE, nach einem sehr steilen Aufwärtstrend in den letzten Monaten. Also heute auch der Einstieg des TSI-Systems. Und als zweites haben vielleicht viele Anleger etwas weniger auf dem Schirm die TechDAX-Aktie und Medizintechnik-Unternehmen CompuGroup. Heute der Einstieg zu 51,84 Euro. Ja, so hier sehen Sie jetzt alle TSI, also alle Aktien des deutschen HDAX-Index abgezeichnet und zwar unten nach den Rängen, also von 110, 110 Aktien sind ja im HDAX, bis zu Platz 1, hier ganz rechts. Und auf der senkrechten Achse sehen Sie den TSI-Wert. Also aktuell gibt es ein paar Aktien, die nah am TSI-Wert von 100 liegen. Da ist zum Beispiel unser Dauerbrenner Evotec, ganz hier oben rechts. Und dann der gelbe Bereich sind sozusagen alle Aktien, die wir erhalten würden aus Sicht des TSI-Systems. Aber wenn wir sie dann mal gekauft haben, noch nicht verkaufen. Und eben ab hier ungefähr Rang 56 ist es so, dass die TSI-Werte unter 50 rutschen. Und das wären also die Aktien, die das TSI-System auf jeden Fall meiden würde. Gut, und dann blicken wir zunächst einmal auf die Aktie, die wir heute verkauft haben. Das ist nämlich Adware Optical. Sie sind auf einen TSI-Wert von 46 gerutscht. Aktuell Rang 57, was so viel heißt wie, dass es 56 Aktien gibt, die laut System viel versprechender sind, um da rein zu investieren. Also hier wurde die Reißleine gezogen. Ja, und die beiden Neukäufe, die findet man natürlich ganz weit rechts. Und zwar RWE, deutlich vom TSI-Wert schon in den letzten Wochen nach oben geschossen und auf Rang 4 geklettert insgesamt. Und damit locker auch die Kaufschwelle von 90 Prozent geknackt. Und die zweite Aufnahme, die war ganz knapp. TSI-Wert von 90,07. Man sieht hier vielleicht, das ist relativ klein, es gibt noch eine andere Aktie, die ganz knapp eigentlich nur darunter gelegen war. Und aber an der 90-Prozent-Schwelle noch knapp gescheitert ist. Das ist Pfeiffer Vakuum. Ansonsten wäre die Aktie auch heute noch aufgenommen worden. Cash wäre dafür noch da gewesen. Ja, und abschließend ein Blick auf die Top 3, die wir aktuell laut Rangliste vorliegen haben. An 1 Evotec hatte ich schon angesprochen. Der Platz 2 geht an Ixtron. Haben wir nicht im Depot. Habe ich auch schon einige Fragen zu bekommen. Liegt daran, dass hier noch vor einigen Monaten eine Übernahmeofferte im Raum stand. Und das wirkt sich auch jetzt noch auf den TSI-Wert aus. Deswegen wird die Aktie auch aktuell noch nicht aufgenommen. Sondern erst in ungefähr zwei Monaten wäre sie sozusagen wieder frei, sodass sie dann auch in das Depot kommen könnte. Und auf Rang 3, Siltronic, auch einer unserer Dauerbrenner, bei dem wir stark im Plus liegen. Aktuell noch keine Anzeichen dafür, dass wir hier diese Aktie verkaufen sollten. Ist eher umgekehrt so. Aktuell wäre sie sogar noch ein Kaufkandidat. Ja, die Investitionsquote damit gestiegen wieder leicht auf 93 Prozent. Platz für einen Wert wäre noch. Eventuell wird das eben Pfeiffer Vakuum in der nächsten Woche. Ja, damit sind wir auch schon am Ende des Wochenupdates angekommen. Ich wünsche Ihnen ein schönes, erholsames Wochenende und wir sehen uns dann wieder, so Sie mögen, am nächsten Freitag.